moin herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play ls 17 nordfriesische marsch vierfach map hier in der version 1.9 immer noch ja immer noch ich weiß es ist hier jetzt mitte ende juli und wir sind immer noch an der 1.9 obwohl schon seit wochen die 2.0 draußen ist nicht mehr lange nur noch ein paar wenige folgen wird das so sein ja ja tatsächlich nicht weitergemacht weil er kein sprit mehr hatte in der letzten folge aber tschuldigung das ist nicht sein ernst naja scheinbar doch ja gut nacharbeiten müssen wir das wissen wir so was macht er hier entweder ein kreis noch nicht ja in dieser folge behaupte ich jetzt mal werden wir die saad beenden und werden die fahrzeuge zurück zum hof bringen und können uns dann komplett um tiere und produktionen kümmern ja wobei er fällt sieben müsste aber auch nicht machbar sein das müsste machbar sein ja was wir aber nicht haben ja was wir aber nicht haben ist der hier fahrer entlassen ja hier vorne kommt wieder die gefährliche stelle ich fahre extra langsam funktioniert so wir haben noch irgendwie ungefähr 40.000 liter kies hier und die wollen wir noch eben zur baustelle bringen damit wir daraus geld machen können also sprich geld kassetten und dann später eintauschen bei der bank die geld kassetten 40.000 liter sage ich doch sag ich doch hier wird noch zement produziert den können wir dann auch noch irgendwann weg bringen auch verkaufen auch zu geld kassetten machen wir müssen jetzt hier ein bisschen dran hängen bleiben uns das mit angucken weil wir sonst das problem haben dass er einfach wieder zurück fährt und dann wieder hier vorne gleich steht und das wollen wir ja nicht gott bewahre das wollen wir ja nicht da fährt er da fährt er da fährt er Das ist ja cool. Wenn er das hier überhaupt noch los wird, die 40.000, muss ich gerade so ein bisschen bezweifeln, aber dann müssen wir den Notfalls hier stehen lassen. Doch, wieder los. Das ist doch schön. Wir haben irgendwie schon lange keine Einnahmen mehr gehabt, oder? Irgendwie 9.000, so ungefähr von irgendwas. Ne, ne? Ich stelle mich jetzt auch erstmal hier hin. Achso, ich könnte hier Mist abholen. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Ich könnte hier Mist abholen. Oh, okay. Okay, ja, wir sind mal introduziert. Na, Hühner. Das ist doch schön. Das war alles, ok. Wo wir uns jetzt hier hinten auch noch ein bisschen Mist. Wenn hier dann was zu holen ist. Ja, fast leer. Fast leer. Bis zum nächsten Mal. Eben einmal gucken, dass er auch wirklich verkauft. Und nicht nur wild im Kreis fährt. Mein Gott, was macht der denn? Der soll doch erstmal die Haufen weg machen. Jetzt hängt er wieder fest. Oh Mann. Ja, du machst schon. Lenken. Warum nimmst du nicht auch erst hier die Haufen weg? Warum fährst du denn da rüber? Das ist dämlich, ne? Bösbar du. Ne los. Komm. Schaffst du. Das schaffst du. Los. Mach. Musik. Schaffst du. Schaffst du. Uff. Oh. Mann, 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 Mann. Und so, du fährst jetzt nicht den ganzen Tag im Kreis und kriegst einen Cutweiz. Entschuldigung, das wollte ich eigentlich gar nicht so sagen. So, also das mit dem Verkaufen scheint ja dann zu funktionieren. Warten wir nicht. Schauen noch mal. Na ja, noch zweieinhalb Verkäufe und dann habe ich die 2 Millionen erreicht. So, wie sieht denn das von hier aus? Wo fährt denn der ganz hin? Na, nun fahr. Ich glaube, ich kaufe mir noch einen größeren Rattenlader mit einer größeren Schaufel. Aber so macht das ja auch Sinn, wie er da jetzt gefahren ist. Das andere macht ja gar keinen Sinn. So, ab zum Hof. 1.571. Oh, 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 oh. Dann war ich vielleicht etwas zu forsch. Nicht daran gedacht, dass jemand mit 90 Tonnen Mist hinten drauf oder 90.000 Liter Mist ist, dass der vielleicht nicht so... Nicht ganz so hier forsch ist. Ja... Also, wer sagt, dass das nicht real ist, weiß ich auch nicht. Oh, 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 oh. Ich meine, ja, klar ist das... Heißer Reifen, ey. Ja, wie dem auch sei, Leute, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, ein Like, abonniert mich, schreibt mir auch gerne rein, was euch nicht gefallen hat oder wenn ihr euch irgendwas wünscht, auch gerne immer her damit. Ich komme mich bei Facebook besuchen und halte durch, bald... Ich komme mal eben hier, wie es hier aussieht. Leute, bald ist... Bald ist es soweit, wir spielen bald auf A. Hier spielen bald auf A2-0. Dauert nicht mehr lange. Ja, und in diesem Sinn sage ich jetzt mal Tschau.